Hallo, hier ist die Soppa, ich bin im Shop Lagiraf Curious, also im Adventureland. Und hier gibt es eine richtig schöne Ecke mit Stitch-Artikeln, die ich euch mal eben zeigen möchte, gerne. Schaut mal hier, geht es hier schon mal los. Einmal Stitch für 22,99 Euro in rosa oder in blau. Der Preis wird derselbe sein. Ja, auch 22,99 Euro. Das gibt es hier schönes. Ah, ein Mutizblock. 14,99 Euro. Und hier gibt es nochmal etwas größere. Erstens ist der Zoom-Zoom-Stitch in groß. Kostet, wie ich es wirklich sehe, 15,99 Euro. Ist ganz abgerissen. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, ein Stift. Hab ich noch nirgendwo vorher gesehen, muss ich sagen. So, dieser Stift kostet 6,99 Euro. So, ich schaue mal in diese Magneten. 4,99 Euro. So, was haben wir denn hier noch schönes? Ah, schau mal hier. Auch nochmal ein Bleistift ist das. Mit das oben drauf quasi. Das sind 8,99 Euro. Und hier dieser Schlüsseleinhänger mit Stitch. 6,99 Euro. So, der Love Me Stitch. Ah, knuddelig, ne? Kostet 22,99 Euro. So. So, ein Stitch, der eigentlich animiert ist, aber schließlich ist es gerade nicht. Das ist wohl die Batterie leer oder ist es ausgeschaltet. Mal sehen, ob ich dann den Preis finde. Ja, 34,99 Euro. So, da gibt's hier noch so ein Set für den Tisch. Für 3,99 Euro. So, ein T-Shirt. Ein Stitch T-Shirt für Kinder. Für 12,99 Euro. So, was haben wir denn hier noch? Die Schale. Für 12,99 Euro. Auch nicht schlecht. So. Mal schauen, hier die kleine Jacke für Kinder. Auch wie niedlich. So. Was haben wir da für den Preis? 29,99 Euro. Okay. So, dann gibt's hier nochmal den größeren Stitch. Ups. Okay, jetzt hätte ich die Dichterknotchen hier. Der kostet 25,99 Euro. Auch schön, nicht wahr? Für den Preis. Da kann man doch nicht meckern. Da kann man doch nicht meckern. Jetzt sehen wir nochmal. Großer. So, was haben wir hier noch? Oh, ein Stitch Klammeraffen. Auch sehr süß. Kostet 17,99 Euro. Hat auch was, nicht wahr? Da oben liegt der nochmal so. Sehr cool. So, dann haben wir hier noch die Tasse. Ups. Die kostet 12,99 Euro. Passend zum Schälchen da hinten. Beziehungsweise hier drunter ist das große Schälchen. Sieht auch wieder anders aus als das andere. Einmal hier. 9,99 Euro. Mal im Vergleich die beiden Schälchen hier. So, einmal das. Steht mal wieder zurück hier. So, was haben wir hier dann? Oh je. Das ist eine Handyhalterung. Auch nicht schlecht. So, da hat Stitch euer Handy immer im Blick. Das kostet 19,99 Euro. Hier, der Karton ist ein bisschen eingestaubt, aber sonst wird das schlimm. So, dann haben wir hier noch ein paar Kugelschreiber. Auch mit einem kleinen Stitchanhänger dran, vorne oder oben. Der kostet 5,99 Euro. So, dann habe ich noch eine Aufbewahrungsbox. Das ist der Preis schon ab. 14,99 Euro. Also so für Stifte zum Beispiel. So, hier oben. Hier ist noch mal ein kleinerer Stitch. Das kuschelt hier. Ist auch der Preis schon abgerissen. Die Preise sind überall abgerissen, warum auch immer. 15,99 Euro. Und hier. Was auch immer noch sein soll. Ein Stitch. Ah, eine Federtasche. Zu eurer Stifte. Google Schreiber, Grundstifte, Wahlstifte. Kann alles bereit für 12,99 Euro. Aber damit seid ihr der Held in der Schule. Auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das hat es. So. Das Stitch hatten wir schon. So. Und dann nochmal alles auf einmal hier. Die schöne Ecke. Mit lauter schönen Stitch-Artikeln. Ja. Das ist dann das, was ich euch hier zeigen wollte. Ja. Also hier im Adventureland gibt es ordentlich Stitch. Aber nicht nur hier auch woanders. Dann schaut doch mal vorbei. Und kauft euch ein bisschen was für ein Stitch. Es sind ein paar tolle Sachen dabei. Auch so Sachen, die es hier überall gibt. Ja. Also immer mal schauen. Auch in anderen Shops natürlich, wie gesagt. Es ist immer wieder mal was Neues dabei. Ja. So. Dann freue ich mich dann, dass ihr mal ein Video geschaut habt. Ich freue mich natürlich über ein Abo von euch. Wenn ihr den Kanal, wie gesagt, abonniert. Wenn ihr auch ein paar Kommentare abgebt und so weiter. Oder die Videos teilt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss auch zum nächsten Mal. Euer Opa.